Muttergehäuse öffnen, dazu einen Schraubenzieher nehmen, Flachschraubenzieher, aufschneiden, damit es also passt. Das ist die Mutter. Jetzt muss das untere Teil noch entfernt werden, da ist nur geklickt. Hier ist unsere ganze Platine mit elektrischen Anschlüssen. Jetzt können wir das Kreuz hier oben entfernen. Jetzt sehen wir unseren ganzen Motorblock. Jetzt können wir das Kreuz hier oben entfernen.